Hier war der alte Bereich, wo wir gegen Jethro's Vater gekämpft haben. Mach ich mal einen Guardian und schau ich mir hier genauer an. Oh ihr mein Sexy Dynamite. Na? Erledigen wir hier die Hydra schnell? Machen wir einen Guardian. Und dann können wir uns hier erkunden. Gami macht Gami Spin. Na? Was passiert jetzt? Was ist das? Okay. Ähm, Hydra. Ist der jetzt verwirrt? Äh, äh, äh. So. Na? Mh, Dragon Fang mach ich mal. Dragon Fang! So, Jilva ist dran. Und Jilva kann nichts machen hier. Direkt hinter Gami soll es irgendwas sein, was funktionieren soll. Aber, ich sehe nichts. Schade. So, da kann ich nicht dran. Mäh. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Gami Bee mach ich mal. Egal. Take that! Ah, das war schwach! Ah, du bist so schwach, Gami. So was von schwach. Ah, Slicing Wind. Komm. Okay. Ah! Jetzt weiß ich, wie es geht. Man kann hier so fokussieren, ne? Ähm. Ja, hier. Man muss eine... Eins überspringen. Und dann kann man das machen. Und Gami ist tot. Eioi, Gaule. Ach, Gami-lein. Ach, Jilva kann auch nichts machen. Man muss erstmal fokussieren. Und dann kann man das machen. Ah. Ja. Ja. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann machen wir es diesmal richtig. Ne? Ja. Tot. Das nächste Mal machen wir es richtig. Super. Jetzt weiß ich, wie es geht. Das ist schön. Wir werden jetzt nochmal schön heilen. Ähm. Heating Water auf alle. Okay. Pietro braucht zum Heilen. Ähm. Pugh Water. So. Das ist gut. Ja. Das war hier, ne? Da haben wir gegen Pietros Vater gekämpft. Und. Hier. Sind nur leere Kisten. Hier ist aber auch was. War das hier immer schon so eine Leiter? Okay. Wir machen das mal hier. Gami kommt hier hin. Und dann. Muss Jilva. ausruhen. Ausruhen. Fokussieren. Habe ich ganz vergessen, dass es diese Fokus-Attacken gibt hier. Ah, dass man überhaupt fokussieren kann. Total vergessen. Hm. Kommt der hier mal ein bisschen näher. Ähm. Die soll auch fokussieren. Ähm. Und jetzt kommt die hinter Gami. Dann müsste doch was passieren. Echt. Echt. Ja. Da. Da. Auf alle drei. Explosion. Das war lustig. Explosive. Explosive. Aha. Aha. Das war lustig. Das war geil. Aha. 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 Ja. So. Narsia. Kommt jetzt neben Pietro. Hm. War das nicht so? Die war doch fokussiert. Hm. Muss ich auf der anderen Seite stehen, oder so? Naja. Was soll's denn? Oh. Gone Rock Song. Hm. So. Kann Gami noch irgendetwas machen? Gami hinter Pietro kann ich machen. Aber das ist, glaube ich, ein sehr schwacher Angriff. Ist das nicht so? Hm. So geht es nicht? Hm. Ein hinter Pietro. Nee. Keine Ahnung. Was kann Gami noch machen? Hm. Tja. Keine Ahnung. Tja. Mit Narsia kann er nichts machen. Ich meine mit Kai. Naja. Machen wir hier mit ihm ein Gamibeam. Auf beide letzten Gorgonen. Oh. Sind auch am Leben. Ähm. So. Komm. 389. Und tot. Ja. Kann die von hier aus anreifen? Nein. Drum. Dann hab ich auch keinen Bock, irgendetwas zu tun. Bleib mal stehen. Silva. Bleib stehen. Pietro. Du allein kannst kämpfen. Ist ausreichend. So. Hier ist eine Sackgasse. Dann werde ich mal die Leute hier wieder fit machen. Oh. Oh. Es schneit draußen. Oh. Es schneit. Oh nein. Ich hasse Schnee. Ich muss gleich noch mit dem Hund raus. Und es schneit. Ähm. Holy Water. Magic Points. Pure Water. Mach ich hier. So. Und so. Und die sind eigentlich noch HP mäßig in Ordnung. Ich hasse Schnee, weil das das geht einfach überall rein. In. Kann man da durch? Oh. Das ist auch ein neues Gebiet. Ich glaube ich äh mach nochmal Guardian und gehe wieder raus. und schaue mir die Kisten da draußen noch weiter im Eingang nochmal an. Weil so tief in die Ruine hier rein da ist es bestimmt der richtige Weg den man nehmen muss um mit der Geschichte weiterzukommen. Und wir wollen ja nicht mit der Geschichte weiter machen sondern Kisten öffnen. Kunishie Hm. Guardian Line War das für die für die alte Geschichte für die äh zweite bin ich da nie reingegangen weil dann hab das heißt ja dass ich da vergessen habe Sachen aufzumachen Kisten aufzumachen So Forest Twig Forest Twig ähm A Party Member The Entire Party 100 Forest Twig 200 Davon kaufe ich mir ein paar und noch ein paar Pew Water da hab ich nicht mehr so viele kaufe ich mal so viel so kann ich hier eigentlich übernachten Ja Gut Konnte ich übernachten oder mich ausruhen eher gesagt Brauchte ich nicht die Gegenstände benutzen So ist doch gut Machen wir nochmal ein Guardian Guardian So Dann Die Kunishige war bestimmt für Kimendoji aber der ist ja nicht mehr in unserer Party Schade Wir hatten noch irgendetwas so ein Lion-Dingen Mal gucken Was hat der denn da Dann kann man das ausrüsten oder wie Ne Naja Dann nicht Dann gehen wir weiter Mit der Geschichte hier Suchen wir nach den Goblins Mal gucken ob der Pietro dann die Goblins töten wird Weil es ja Goblins sind Und dann ist er wieder total deprimiert weil er dann Kinder ermordet hat Aha Strength Seed So Sehr Einfach Keine Verzweigungen hier in der Im Dungeon Holy Water Hier kann man sich nicht verlaufen Eieiei Nicht so schnell bitte Gut Genau Vorsichtig hier runter Nicht ausrutschen Guck mal Da kann man nicht hoch So Da ist eine Statue umgefallen Aha Cool Das ist eine coole Statue Mit Bänken davor Leopard Orb Ach das ist auch so ein Party Mitglied Ei Das sind die Goblins Gobu It looks like it's trying to say something. Aber arbeitet weiter. Ui. Jo. Gorgon. Rocksong nochmal. Ach, das ist so niedlich. Gubububu. Ähm, ja. Dann. Machen wir hier. Ähm, mit ihr machen wir auch so ein Skip-Turn. Und mit dem hier machen wir nochmal einen Angriff. Stimmt, der war ja ziemlich schwach. Ich hätte was anderes machen sollen. Ähm, machen wir hier auch ein Skip. Blizzard-Man. Ähm, Ketro. Hm. Sollte ich vielleicht auch einen Skip-Turn machen? So. Die kann ich ja nicht bewegen, oder? Doch. Aber ich kann hier keinen Skill-Gemeinschaftsangriff machen. Machen wir einfach Firebird. Ist mir doch egal hier. Ach, guck mal. Ich könnte die doch bewegen. Ich weiß nicht ganz genau, was das nochmal für einen Statuseffekt hat. Oh Mann. Richtig dicke Flocken sind das hier. Cool. Wir haben März. Und es schneit. Wieder. So. Der hier. Weiß nicht, was ich mit dem mache. Normaler Angriff. Mir doch egal. Hat der mit seinem Kopf geschlagen? Naja. Oh, 699. Wow. Ist das, weil sie fokussiert hat? Gobu, Gobu, Gobu. 100 Gold. Gobu, Gobu, Gobu. Gobu. What is it? They look very tired. Hm. Dann muss ich jetzt von der anderen Seite kommen. Ah. Nein. Wir sind umstellt. Oh nein. Wie gehen wir jetzt vor? Wir machen jetzt nochmal einen Angriff hier drauf. Ah. Pietro, du bist stark. So. Du da. Machst ein Missile. Guck hier auf den Gorgon. Hm. Noch am Leben. Der hat mehr ausgehalten. Ja. Machen wir hier nochmal drauf. Das müsste doch nicht. Hm. Dann machen wir nochmal drauf. Ja. Rock Song. Hm. Mo, 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 mo. So süß. Living Pebble. Was macht dieses Living Pebble? Ui. Was ist das denn hier? Gobu, Gobu. Wow. Ist das die Elena oder wie die hieß? Gobu, 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 Gobu. Gobu, 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 Gobu. Gobu, Gobu, Gobu. Gobu, 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 Gobu. Gobu, 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 Gobu. Gobu, 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 Gobu. I'm sorry. I don't understand what you're trying to say. Gobu. Hey, Pietro. Let's leave these ugly things and go. Huh? Okay. Gobu? Gobu, Gobu, Gobu. Gobu, 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 Gobu Tja. Die ist ziemlich böse. Die Jilva. Gobu. Gobubu. Was ist das in der Hand? Hm. Ist hier oben was? Ach ne. Hier sind mehr Wege. Hier ist noch eine Leiter runter. Ah ja. Gami. Du da machst Slingshot Beam. Ach ja. Mit Slingshot kann er zu Zeug werfen. Machen wir Gami Beam. Ich weiß nicht wie stark das nochmal war. Aber es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Denn seine anderen Angriffe sind ja alle total schwach. Machen wir hier ein Sexy Dynamite. So. Sexy Dynamite! Hi! So. Die Kai. Kann nichts machen. Weil die kommt nicht dran. Mit Nasia wäre das viel besser. Auch wenn Nasia nur einen Angriff hat. Slicing Wind. Invoke Lightning wäre hier was. Invoke Lightning. Invoke Lightning. Und nochmal einen Angriff. Oh je 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 je. Tja. So schwach. Bleib mal hier so stehen. Bleib auch so stehen. So. Machen wir so. Hoffentlich. Nein. Hat nicht ausgereicht. Silver ist wieder dran. Aber die kann nichts machen. Ne? Sie kann aber fokussieren. Wenn die nicht dran können. Sollten die einfach fokussieren. 12. 9. 11. Ach. Kommt nicht dran. So Pietro. Normalen Angriff. Vom Erledige. Ja. Hydra besiegt. So. Wo lang gehen wir jetzt? Gehen wir hier lang. Oh. Forest Seed. Kann man hier heilen oder so? Ja. Aber ich werde nicht speichern. Doch ein bisschen weiterspielen. Die sind schwach. Aber ich komme nicht dran. Voll geki. Geh. Voll doof hier. Ach. Amor. Die haben mehr Angriff. Machen wir hier mal ein. Firebird. Die stehen ja auch so schön nebeneinander. Ich hoffe, das erledigt die alle gleich. Ja. Ja. So stark sind die ja nicht. Ja. Wir sind tot. Panessia obtained. Und nun? Hier ist sonst nichts. Dann gehen wir wieder tiefer. Hm. Noch tiefer? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Immer das selbe Team hier. So ein Echsenmensch. So ein Ammonit. Und. Das war's. Wir können ja wieder einen Trap machen. Hier. Das ist der von Naguro, der Skill. Und wenn dann so ein Gegner reinfällt, dann mal gucken, was passiert. Hm, die fokussiert. Und Duda fokussiert auch. Mal gucken. Ja. Ist weg. Jetzt ist der weg. Ein Gegner sind wir also los. Das ist doch mal schön. Machen wir einen Panther. Yay. Gut. Gorgon. Was macht der? Einfach normalen Angriff. Ja. Machen wir so. Normalen Angriff. Zurück. Und. Die kann. Ah. Guck mal hier. Wenn ich mich umdrehe, kann ich nichts machen. Ah. Ich muss mich also so hinstellen. Hinter Pietro. Mal gucken. Hyper Spin. Ready, Pietro? Ha! 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 Oh je. Ha! Ha! Winning! Gut. Jiffer Special Skill. Da kann man rein. Ui. Bin ich hier jetzt auf dem richtigen Weg? Anklad Byesus. Was warnt so hinstellencamp. ân Events. Bis zum nächsten Mal.